Wasse Marsch! Einen Moment. Der Daumen sitzt okay. Einmal wasse Marsch. Ich will nicht das Spiel spielen, nein. Es war doch... Das war doch kein voller Schluck. Doch, natürlich! Da trinke ich ja Volt-Kram. Ja, ja. Wie ist das so? Ich auch. Ach das nur beim Wasser, so kleine Schlucke. Nein. Dann Garnele. Aber... Wenn wir jetzt gleich da sind, dann mache ich kurz Pause. Und dann mache ich den Tee. Oh nein, Henry. Das ist okay. Ich dachte gerade, das ist aber eigentlich besser. Wie geht's dir, Tarsnick? Wie war dein Tag? Und schön, dass wir da rein sollen. Aber wir sind hier. ... ... ... ... ... ... ... Okay, aber das ist jetzt wieder ein Weißer. Das heißt... Wir holen sich an den gleichen Stellen wieder. Also mit meiner Berufserfahrung eher weniger. Aha, okay. Voll traurig. Ich wurde gebannt von einem GTA 5 RP Server. Warum das denn? Warum das denn? Okay, wir machen kurz Pause und ich mach meinen T. Rechtfertigt, ja. Das ist die Frage. Okay, also, ihr schreibt das und ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was habt ihr geschehen? Ähm, gerechtfertigt. Kommt drauf an. Innerhalb des APs Kraftausdrücke benutzt. Das ist ein AP. Ich erinnere mich mit AP nicht so aus. Ist sowas nicht normal, wenn es nicht zu extrem wird. Und hallo Raven. Schön, dass du zuschaut. Lieber Raven, wie geht's dir? Eigentlich schon. Vermutlich war es zu extrem für die. Und guten Morgen. Joa. Ähm, was soll ich jetzt machen? Ich hab mir ja noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Wie Kari, Shima, Leuchtturm, Seele. Okay, das hab ich gemacht. Reis haben wir gemacht. Pinkbarren. Pink. Wir suchen immer noch Pink. Und Knoblauch. Roleplay. Okay. Was von RPG gehört? Ja. RPG? Schon. Aber nur API? Nie. Aber ja. Ihr habt recht. Hätte ich drauf kommen können. Das stimmt. Wo gibt's Knoblauch? Wo gibt's Knoblauch? Wer weiß das. Was hab ich denn auf den, ähm, Schildkröten? Wie ne Mamo. Da hab ich kein Kumpel gefunden. Ich glaub ich muss das Kuh wieder auf. Golderz. Okay, da gibt's Golderz. Und sing jetzt. Na schön. Dann gehen wir dahin. Southpoint-Dork. Southpoint-Dork. In der irgendwo. Da geht's da näher. Hier. 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 Gibt's da keinen Supermarkt? Oh, auf so einer Insel. Das wär praktisch, wo man Knoblauch kaufen kann. Das find ich auch gut. Gibt halt nur diese Raccoons, also die ähm... Ich sag mir Waschbären. Aber die verkaufen halt nie alles, was ich brauche. Ja, eigentlich mal genug weiß. Weil es wäre gut, find ich, wenn es hier echt so einen centralen Supermarkt hätte. Und dann weiß ich nicht, man könnte es ja so machen, dass du da alles kaufen kannst, was du schon gefunden hast. Also das wäre gut. Das wäre nicht so gut. Oder auch gut. Das ist die Tür. Ah, das ist die Tür. Ah, das ist die Tür. Ah, gut war die. Das ist die Tür. Das ist die Tür. Ich krieg jetzt nur noch Holz hoch. Das hat er nicht so viel davon haben. Das ist gerade fertig geworden. Das ist gerade fertig geworden. Die sind ja schon da. Hier nur. Ja. 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 Ich verstehe das mit Nacht und Tag hier noch nicht so gut. Für manche Stellen da ist es dann auch einmal Nacht. Ja. Manich kommt ja hin. Jaja, doch, was. Nein. Ja, die liegt die? Ja. Ich muss mich mal schießen. Ich habe mich endlich was zu futtern bekommen. Das ist es. Ich kann die und ich. Kannst... Ne, das ist auch so. Oh mein Gott. Und bei der Sandbruch soll. Das ist schön, das ist okay. Kneipaschi mit Kneipengerichten. Was müssen wir denn sonst machen? Ich brauche einen Bauplan für das Parkhaus in Boroughly. Ready? Ah, okay. Dafür brauchen wir das Ding. Ich habe einen Turnfisch-Attack. Mein Aufenthaltsraum. Ich habe leider keinen alten Schuh. Also wenn ihr das mal spielt, hebt den alten Schuh auf. Teil die Gebühr des Holzarbeiters. Oh Gott, den gab der auch. Redet der Partnerin des Holzarbeiters. Was passiert, wenn ich das doch mache? Oh, ein Schuh. Der ist ein Schuh schubgeriert. Der ist ein Schuh. Der ist nicht so. Der ist ein Schuh. Aber dieses Schuh geht. Das ist nicht so. Deine ist ein Schuh. Dino. Okay. Was hab ich gesagt? Das ist schnell genug. Was muss ich denn tun, um hier etwas zu essen zu bekommen? Sorry. Aber ich hab dir extra Reis gebraucht. Der ist nur noch gefährlich. Ich bräuchte das. Das war Aluminium. Na, wie geht's voran? Na ja. Bin immer noch auf der Suche nach... Wie geht's? Wie geht's? Cheg schon? Ich bin hier. Ich bin hier, ist hier. Ich bin hier, dass ich hier bin. Das war es ist. und die bist du fertig damit? Ich werde und ich weiß es Ich weiß, dass ihr Dekorationen wollt. Materialien nicht. Aber hier soll es... Gold und... Ding und Marmor und alles. Alles. Und das... Das Spielsort. Oh... Ich traue auf, richtig dich mit solchen trivialen Forderungen zu belästigen, Kommandantin. Aber dein demütiger Diener benötigt eine Stärkung. Der kleinste Krümel deiner großartigen Kochkunst würde mir genügt. Ich weiß nicht, wie es ist. Steht gerade. Nein, wir scheiden es in Sankt, Kommandantin. Dies, Jerko, kam gerade rechtzeitig. Mein Hunger hat soeben Stuhlbeinzeit. Das ist normal. Die haben müssen ohne Dekolle. Furchtbar. Ich brauche unbedingt eine Seelheilung. Du bleibst immer so wie ich war. Furchtbar. Nee, nee. Ich würde das sagen. Der hat ja auch schon länger nichts zu essen. Haben wir denn Frühstück oder Nachttisch? Du musst tanzen. Ein Nachttisch-Tanz. Das mache ich immer, wenn ich glücklich bin. Okay, vielleicht esse ich lieber zu essen mit der geile Nachttisch. Dafür Nachttisch. So lecker. Du musst mehr kochen. Du musst mehr kochen. Ja, was gibt es Schlimmeres als in dein Haus ohne Dekolle zu kriegen? Jetzt habe ich den Milchreis denn gemacht. Jetzt kommt bei einem Glocke raus. Und dann kommt bei einem Glocke raus. Die ist Pfannkuchen als für Frühstück bereit. Na. Und dann kommt bei einem Glocke raus. Ein Glocke raus. Ein Glocke raus. Das ist unser erster Glocke raus. Das ist unser erster Glocke raus. Und eine von meine Gallen. Bink. Hey du, bist du wegen der Zitrone hier? Ah ja, da war noch was. Oh gut, hör zu. Bleib cool und mach dir keine Sorgen. Schnapp dir einfach nur die Zitrone und mach's mit Marco. Ich will die nicht in meinem Leben. Ach, keine Ahnung. Okay, oh Gott, jetzt habe ich wundere Zitrone zu sehen. Das war noch mal die Geschichte mit den Zitronen. Mein Boss hat mir gesagt, dass ich heute früher zur Arbeit kommen soll. Dabei ist der Saukerr selbst noch nicht mal hier. No, auch Stausbrücken. Steht vermutlich im Stau. Ich soll mir lieber mal einen Kaffee oder sowas. Lass ihn weg. Ja, bei dir. Ich esse jeden Tag das gleiche Sandwich. Kuhn Fisch. Mit Unmengen Mario. Etwas Salat. Aufweizen Vollkornbrot. Ich liebe das einfach. Den Salat lege ich erst im letzten Moment drauf. Ich brauche diese unglaubliche Knackigkeit, wenn ich reinbeiße. Weißt du, wo du mich zur Mittagszeit findest? Genau. Irgendwo mit meinen Turmfüßen. Okay. Der könnte kein Passagier auf meinem Schiff sein. Ich bin ja immer dasselbe. Kann man zuerst? Kann man so fliegen? Kann man so fliegen? Neee? 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 Aaaaah. Wie ist das? Wie ist das? Neee? 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 Aaaaah. Warum? Ja. Ja. Das sollte es werden ja. Leitung oder so. Häuser denn? Da kann man auch auffallen. Ne? Und so rein. Auch nicht hoch. Das ist ja alles so ein Kramp. Wie komme ich da hoch, bitte? Oh. Ah. Ja, komm noch. Ich noch mal. Ich springe. Ich krieg den Doppelsprung irgendwie nicht gut hin. Jetzt auch nicht. Ja. 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 überhaupt nicht so. Ja. 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 Die muss man dann füttern und umarmen. Und wenn es Zeit ist zu gehen, dann gehen die, also dann führst du die zur Himmelsborde. Und dann sterben die. War mal Zeit für die Veränderung. Okay. Öffnet es mal was Neues. Auch cool. Ich habe das Humor, oder ja? Das ist ein Pane für Pane. Gut morgen, Pane. Gut morgen. Wach hau? Mangel der Nahrung. Dann is doch ein Pane. Guten Morgen! Möchtest du denn Kuchen? Bärenkuchen Ich habe keine Maffee Okay Für den Müll Lauf mir nicht wieder hinterher! Ich krieg Angst, wenn du mich hinterher läufst Also, was haben wir reingehauen? Zucker und Reis Habe Zucker und Reis hatten wir drin oder? Nein Dann machen wir es mal zu Nein Nein Ja Mit dem ich mehr reden will, sonst mehr kommt Ich möchte nichts Nein danke Meismeel Meismeel oder sowas, glaube ich Ah, war es Meismeel, okay Hätte jetzt auch in Wüsen rauskommen können, oder? Aber vielleicht nicht Oder Reise, ja, ich weiß jetzt auch nicht Fruchtbaubongs Oh cool, okay Fruchtbaubongs Fruchtbaubongs Wird doch nach Nacht schon Haben wir schon Ja Ja Guck mal, was rauskommt Die Bratenexperimente Wahrscheinlich Wer brauchte die Zitronen? Ich weiß das nicht mehr Wo muss ich denn jetzt mit den Oh, dann wieder hin Hast du was? Ja Ja Und hier mussten wir was Eine Ecke Siehst du vielleicht mit meiner Ecke, dann ist die Dragon Aus mir? Randy hat alles Oh Kann ich keine Olivenwaren kaufen? Nein Ich bin nicht froh, ich verstehe das nicht Habe ich 695 Also ich verstehe nicht warum die Müllen da noch an sind Ich bin nicht froh Oh, das gibt nur ein klemmistische Zeichnungen Okay Okay Sind da nicht nur viel Feuer Was macht man mit Feuer? Das muss ich auch nicht Wie man macht es, die Bünde ist Und Das kann ich ja wohl. Wo der süßte Teere gibt, wenn ich mir wieder da bin. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wozu man das Metallseil kauft, könnte man zwischen zwei Prede... Ha? Könnte man zwischen zwei Päne spannen, hm? Dann kann ich vermutlich dran gleich. Okay, mein anderer nicht kann, ich glaube, bei Freddy nicht. Jetzt kann ich meine ganze Sache hier kaufen. Und ein Kaufweg, hatten wir da nicht schon einen? So, jetzt sehen wir den Kollegen, die irgendwann den Kühe oder so kaufen. Wo musste ich hin mit der Rikipolen? So, jetzt sehen wir den Karten, oder? Dann gehen wir den Karten. Machen wir den Karten. Wollt du ihn? Das ist ein Karten. Dann machen wir den Karten. Wollt du den Karten. Da steht nix von Zitronen. Hier ist nix von Zitronen aufgemalt. Hier ist nix von Zitronen. Hier ist nix von Zitronen. Ja, nix von Zitronen. Jetzt hab ich Lust auf Franz angucken. Es ist gerade gewachsen, obwohl ich es nicht gegossen habe. Hier ist nix von Zitronen. 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 Kannst du nicht die Glocke? Wie komm's von dir denn an die Glocke? Das macht man vergrann. Ah! Sonspringplatz! Da kommst du eigentlich drüber! Ah, das ist ein Park! Rocksbury! Ist eigentlich gerade Nordweiler oder was war das andere? Oh, das ist eine! Ja, ich kann ihre ehrwürdige Magie riechen! Die Duft erinnert eindeutig an die Aromen von Flieder und Volunderbeeren! Mhm! Die ist so ein Park! sie dir an friktische runen silberne dekorationen diese schriftrolle zweifelsohne in der urhaltsprache nur ein gar daran nach einem wissen so fantastisch ein erfolgreicher ausschließen dass du das alte nagadan perfekt beherrscht man dann sind lastig von den verzauberten anweisungen anleiten wenn das haus dann mal steht kann ich endlich den rest des szenarios lesen hat mein schluchten gerichtet würde werde ich wieder ruhen können und ich werde über die macht verfügen den ätherischen schleier zu durchdringen und mit dem elementarmächt zu kommentieren ein ärmliches schicksal liegt in deinen händen kann man das besser in den schluchten bergenden als ich ich würfel immer so drei vier neun guten abend raumtente tv einen schönen guten abend herzlich willkommen in meinem kanal den die 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 sind dann gar nicht mehr, weiß ich, wie es ist. Ich wieder ein bisschen Kucke. Ich wieder ein bisschen Kucke kaufen. Komm. Alle. Komm, wir kommen. Genau, Nordweiler, wo ich bin. Vielen Dank für dein Follows, Raumfenster! Danke sehr! Herzlich willkommen in der Gag. Wirst du auch Spiritfahrer? Jetzt können wir gucken, was da oben ist. Gerne doch! Oder streamst du sogar selbst. Das ist ein TV im Namen. Kann es sein, dass du selber streamst? Jetzt einfach gerade die Tasse an das Mikrofon gehauen. Oh nein! Ah nein! Das ist ja noch gar nicht fertig. Ja, ein bisschen streamen tue ich auch. Okay, und was? Streamst du so? Oh! Es dreht. Nein, Numa. Was mir war? Okay. Ich spiele gerade nicht mit. Auch kurz. Auch kurz. Dann halt nicht, wenn wir auch hier das ausbauen können. Axt, Schluch, Winkel der Wunde. Nee, brauchen wir durchsichtige Glasper. Dazu brauchen wir vermutlich seine Spiele. Okay. Kiefer und Brett. Okay, Kiefer habe ich noch überhaupt nicht. Ding fahren. Ding fahren können wir machen. Da hatte ich die Spiele. Hier. Ding. Ding. Ding! Ding, Ding! Radius wird irgendwie immer kleiner und weil es so schön war, machen wir das gerade noch mal. Größtenfalls Community Games, Marvel zum Beispiel. Hey, Marvel sagt mir gar nichts. Was macht man da? Und dann auch mit deiner Community in dem Fall. Den Rest gebe ich mal auf, weil ich den eventuell noch verschiebt. Ich bin schon auf. 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 Es geht erstmal auf. Der Huhn geht gar nicht. Was haben wir denn noch nie gekocht? Haben wir so ein Blumenöl mit Mehl gemacht? Öl mit Mehl? Öl mit Holz. Ich mache mal ein bisschen. Und dann zerkleinere ich wieder ein Blumenöl. Und um keine Blumenöl. Ich habe ihn mit dem 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 Blumenöl.